So, heute bin ich wieder zu Besuch bei quasi unsere Enkelkinder, vier von die Puppies filmen wir, zwei brauche ich nicht filmen, weil da waren die Besucher heute schon da und haben sich selber fotografiert und angeschaut, das ist jetzt eins von den Mädchen, was ins Waldviertel kommt und das ist schon eine rechte Dicke, wenn ihr euch die anschaut, so eine dicke Chuchu Maus, also schon richtig kräftig, jetzt sind es sechs Wochen und da will ich euch versprochen, mit sechs Wochen schauen sie vor allem aus wie Spanien, jetzt ist es natürlich ein bisschen befremdet, weil ich es da am Arm halt und werde mit der Kamera da stehen, das ist ja schuldig was nächstes, aber sie ist recht topfer, gut, dann versuchen wir die nächste Filme, bis dann, so, da haben wir das Gina Schatzi, ich hätte jetzt gerade einen Anruf bekommen, aber da haben wir jetzt keine Zeit dafür, wenn du mal deinen Leuten sagst, Hallo, ich habe jetzt einen Filmtermin, jetzt geht nichts mehr rein, Sie ist ein bisschen kleiner als die andere Hündin, aber auch sehr kräftig, gut im Futter, frecher Teufel und schon richtig putzig und lieb und eh, genauso wie die anderen schon jetzt mit sechs Wochen haben sie vor allem richtig diesen Spanieltypus, dieses wunderschöne Gesicht, ich meine, sie sind natürlich jetzt schon draußen im Garten und Halligalli und frech und jetzt glauben sie schon, sie sind ein richtiger Hund, da muss man eher aufpassen, dass sie nicht zu lange in der Költen draußen sind, weil wenn wir auch keinen bitterkalten Winter haben, es ist trotzdem Winter und Babys sind Babys, dann muss man schon schauen, dass sie wie warmes Bauchchen haben, so, und jetzt schauen wir uns an die Burschen, so, jetzt haben wir den ersten von den zwei Burschen, da zeige ich das weiß ein bisschen her, mit der Zeit verwächst sich das ein bisschen, aber ich hoffe, dass man sich sieht, ja, du bist ja schon ein ganz schöner, das ist ein ganz edler, Kopf hoch, richtig schön typischer, der hat auch schon wunderschöne lange Ohrli und wirklich Schwarzvögel der Teufel, also perfekt sind die geworden, wirklich schöner Puppi, da schaust du ein bisschen in die Kamera, dass man die Schnauze ein wenig sehen, ja, da musst du ein bisschen hinschauen, ja, ganz perfekt, so lieb, okay, und zu guter Letzt schnappen wir uns noch den vierten, jetzt geht's schon los, so, der vierte im Bunde, das ist der, der wenig weiß hat, ich hoffe, dass man hinschaut, ein kleines Fluckerlein hat er da, das wird vermutlich, bis da so ein großes vergehen, weil wenn das viel lang wird, sind die schwarzen Haare sowieso dicht und dicken das bisschen weiß zu, aber dabei sind das recht liebe Erkennungsmerkmale, der tut recht brav und scheinheitlich, aber das dürfte gespielt sein, weil unter meine Füße, wo sie einander wuseln, dann geht's so richtig ab, ne, ja, brav sind sie schon, geil, ja, du schaust genauso putzig brei wie deine Mama, mhm, mhm, ikkidikid, keine Handikusse, ikkidikid, ja, und in zwei bis drei Wochen ungefähr, wenn alles so passt, dann sind sie ja zum Mitnehmen und zum Haben, und man sieht ja, das geht ganz schön schnell, und wenn wir das letzte Mal gefilmt haben, was das für kleine Schnucke waren, und jetzt vergleicht es einmal mit mir, was das schon für Bären sind, die kannst du schon fast nehmen, zwei Hände holen, okay, okay, und dann mal noch wickeln, und so, tschüss, bis zum Abholen, baba,